Car2Go ist natürlich der Pionier im Free Floating Carsharing. Das Pilotprojekt 2008 ist sehr erfolgreich gewesen, sodass wir jetzt über eine Million Kunden weltweit haben und in über 30 Städten präsent sind. In Hamburg haben wir einerseits die größte Flotte, Free Floating Carsharing Flotte, die hier präsent ist mit 700 Fahrzeugen. Das Geschäftsgebiet ist sehr sehr groß und wir haben natürlich auch verschiedene Kooperationen, zum Beispiel mit der Hochbahn, genannt Switch oder auch verschiedenen Parkhäusern. Die Firmen können sich sehr gerne an uns wenden, sodass wir dann zu ihnen vor Ort kommen und ihre Mitarbeiter registrieren können. Das geht dann vergünstigt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das nicht nur privat zu nutzen, sondern auch ein Geschäftsprofil anzulegen, wo man ein zweites Profil anlegen kann, das man dann auswählen kann. Man kann aber auch eine andere Benzahlfunktion wählen, das heißt die Firmenkreditkarte kann hinterlegt werden. Car2Go Black ist ähnlich wie Car2Go. Car2Go Black kann man sowohl innerstädtisch als auch zwischenstädtisch nutzen, beispielsweise von Hamburg nach Berlin oder Frankfurt nach Stuttgart. Car2Go Black hat stationsbasierte Parkspots, jedoch kann man dann selbst aussuchen, an welche man ihn zurückbringen kann. Man kann also One-Way-Fahrten durchführen. Car2Go Black ist komplett smartphone-basiert, das heißt man kann das Auto zum Beispiel bis zu sechs Monate davor vorreservieren. Der komplette Rental-Prozess, der wird quasi über die App absolviert. Das heißt, man hat eine Zeitersparnis, es ist immer verfügbar 24-7 und man muss nicht an irgendwelche Schalter und Papierkram ausfüllen. Unsere Kunden sollen natürlich optimalerweise jeder werden, weil es einfach den Mobilitätsalltag sehr viel flexibler macht. Und wenn man zum Beispiel nicht in der Car2Go-Stadt lebt, dann ist es überhaupt kein Problem. Car2Go kann man auch auf Reisen sehr gut benutzen. Car2Go ist an Verkehrsknotenpunkten und dadurch, dass innerhalb von Europa eine sogenannte Roaming-Funktion existiert, kann man zum Beispiel Car2Go auch in Italien oder in Dänemark oder in Schweden nutzen. Das Prinzip dabei ist immer gleich. Es wird minutengenau abgerechnet und sie haben sonst keine weiteren Kosten.